Geh mal, Lacka! Machst du da? Dann werden die Finger voll warm, das ist ein voller geiler Trick. Kannst du das nicht? Man sieht ja gar nicht, man hört nur, ich könnte das auch so machen. Ach so. Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu der Weekend League Rewards. Let's go! Ja Leute, wir haben heute dicke Rewards wieder am Start. Elite Rewards, Elite 1 Rewards. Und es gibt niemand anderen zu ziehen, als wen Stefan, wen gibt es? Cristiano Ronaldo, Santos, Afonso, Agüero. Der erste Inform, obwohl die 3-3 gespielt haben, aber zwei Tore, ein Assist, da hat er sich den Inform verdient. Und da gibt es noch Agüero, Iguain, das sind die drei wertvollsten, oder? Was ist die, Iguain wird? 140.000. Also Agüero und Ronaldo wären schon nice, ne? Und Koulibaly ist, glaub ich, auch noch 200, mindestens, ne? Aber kann auch ein Prank wieder kommen in Portugal, Argentinien? Diesmal nicht, ne? Wenn Argentinien kommt, dann ist es real. Dann ist es real. Mal gucken, was es heute so gibt. Wir haben natürlich auch noch diese Lunar Packs von EA bekommen, und Division Rivals Sets gibt es auch noch. Auf jeden Fall, da wird es auch noch fett werden. Let's go! Option 2, machen wir erstmal die Rivals Packs auf. Tauschbar! Okay, wir kommen zum ersten Pack. Seltenes Elektrom-Spieler-Pack. Workout! Workout! Man merkt das schon, wenn das einen Ticken länger lädt, als wenn ein Workout kommt. Merkt man, kommt kein... Immer in der Wand! Fabinho! Mit Ansage! Ah! Juliano! Juliano! 83! So, jetzt kommt das 50k-Pack! Boom! Let's go! Endlich ein Workout in diesem Pack! Mann! Nie! Nie! Glück in diesem Pack! Nie! Fabinho! Brasilien! Spanien! Torwart! Scheiße! Wieder... Kepa! Ich bin Kepa! Okay! So! Hier, das habe ich geschenkt bekommen, weil ich mich so oft angemeldet habe. Kein 125k-Pack, aber ein Workout! Mann! Geil! Stefan! Was ist das? Du hattest aber auch kein Workout. Du hattest einen 125k-Pack gehabt, das Geöffner hatte da auch kein Workout drin. Walkout! So! Let's go! Food Champions Rewards! Letzte Woche zweimal kein Workout im 3er-Inform-Set. Hoffentlich kommt heute das Glück mit Ronaldo. Wir haben wieder ein 100k-Pack. 3 Spielerwahl-Objekte hier, 5 Spieler. Das erste machen wir normal auf, das zweite Chat-Pack und das dritte wieder normal. Ich glaube, du kriegst ein Higuain. Aguero wäre auch geil zum subpen. Let's go! Wir fangen an mit der goldenen Mitte! Cristiano! Brand? Wow! Wie viele 480er! Das ist nicht schlecht. Das ist schon mal eine gute Auswahl. Also ich würde auf jeden Fall entweder Chillwell oder Brand, man. Gute Karte, das glaube ich am meisten noch wert von denen, so normal. So, jetzt kommt ein Chat-Pack, Leute! Ich klicke jetzt drauf, schreibt mir rein, was wir gezogen haben. 1, 2, 3, let's go! So, du hast jetzt schon Ronaldo gezogen. Ich habe jetzt schon Ronaldo gezogen, ohne drauf zu klicken. Was ist das? Jetzt müsste alles erschienen sein. Okay, du hast safe Kagawa. Kagawa. Ja, Mann. Aber ich meine, 85er. 84er, 85er geht, klar. Komm, du bist doch der Ronaldo-Zieher. Jetzt holen wir den mal, Stefan. Ja, aus dem wird schieben. Stefan hat doch so oft Ronaldo gezogen. Komm, Stefan. Komm, let's go! Ja, das geht aber schnell. Ja, endlich. Headliner. Headliner. Oh mein Gott, den habe ich auch gezogen. Der billigste Pisser überhaupt, Alter, ey. Egal, da kann aber noch ein Ronaldo hin. Ah, nee, Ronaldo kann nicht hinter sein. Aber Messi könnte hinter sein. Komm schon. Bro. Ach, du Scheiße. Aber bei Doppels? Hast du irgendwas da? Soll ich den Doppel haben? Was soll ich Doppel haben? Öff! Öff! Komm, 100k weg. Für den Headliner. Jaaaa! Komm, gib mir jetzt den Walker, ey. Komm schon. Ein Walker muss jetzt kommen. Ey, ich hör's. Alle guten Dinge sind dran. Boah, komm, leck mich da am Arsch, Alter, ey. Warum lässt mich denn jetzt alle hier öffnen von denen? Man! Headliner! Headliner! Head! Ah! Normal. Messi. Torwart. Ramos! Nein! Boah, jedes Mal, ey. Ich hab noch nie Ramos gezogen. Okay, ich muss jetzt den Ronaldo herholen. Drei, zwei, eins. Ah! Ah! Ja! Komm, Digga, warte, ich hau dir die Füße. Uh! Argentinien! Argentinien! Oh! Ranz! Nein! Schade! Du meine Güte, das hat sich gar nicht mehr wert. Okay, Freunde, also erstmal würde ich sagen, holen wir uns die Rivals-Belohnungen ab. Ich hab wieder ein bisschen gezockt, bin leicht ausgerastet, weil die ganze Zeit nur gefühlt wie Sportler kommen. Auf jeden Fall haben wir hier 225 Car-Sets. Ich würde sagen, die ballern wir auch direkt drauf, oder? Wow! Ja, machen wir sofort. Letztes Mal hat sich hier kein Walk-Out gegeben, ne? Was? Kein Walk-Out. Ja, vor Messi, ja. Ein Walk-Out. Komm! Ja! Headliner! Headliner! Paduco! In Form! In Form! Portugal! Oh! Du kleiner Wichser! Wie 90er! Was? 90er! Was? 90er? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 90er Einfall! Was? Der ist 300-K-Wert oder soll er 2? Oh! Oh! Stephans Backluck wieder zugeschlagen! Ja! Ja! Da kann auch was kommen! Noch was! Messi! Neymar! Bail! Oh! Manel! Was ist das im Pack? Wuppertal asozial! Back-to-back-Walk-Out, sagst du? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Jawoll! Headliner! Headliner! Oh! Ich dachte, Alkener. Bail! Kedidi! Ah! Ein Mobil! Ohlum! Stoß doch ab, Mann! Ich bin gespannt jetzt bei den Champions Rewards. Wir haben auf jeden Fall Elite 1 noch geholt. Christiano! Push it! Push it! Komm! Ja! King ist aber eine geilere Karte. Ja, ich nehme safe King. Der ist 40k auf alles. Okay! Machen wir jetzt einen Chatpack? Ja! Leute, Chatpack! Schreibt rein, was Stefan gezogen hat! Aguero? Nein, Mann! Kagawa! Ja, nehmen wir jetzt Kagawa mit. Und jetzt ganz genau als Aufbau. So, bringen wir mal Glück jetzt hier! Ja! Mach Aguero! Aguero! Komm! Wow! Ja, dann nehmen wir brand. Ist wie bei dir das eigentlich, ne? Ja, eigentlich genau gleich. Chillwear dazu. So, jetzt kommen die dicken Fische, Leute. 200k Packs, 2,3er in Formsets. Let's go! Drück doch! Come on! Workout! Oh, Mann! Headliner! Headline! Ja! Frankreich! Frankreich! Sommer! Ey, was? Kann doch nicht mal ein kranker callen? Oh! Ciao! Dreipel Workouts! Und dann noch Sterling, ey! Was war der Wert? 60k? Die Schwester, dieser Account, ne? Der ist gestellt von EA, ey! Da laufen noch Dinge ab, da ist der Stefan mal kurz und dann am Schreibtisch verschwunden, ne? Von einem EA-Mitarbeiter. Hehehe! Komm, Tali, ey! Komm! Ich frick mein Leben! Ja! Headliner! Let's go! Ich... Oh, ich schnach mit Kone! Nächster Mal! Bale! Melinko... Ah, Martin! Ah, der ekelhafte Walkout, den man ziehen kann! Okay, EA! Vielleicht ein Ronaldo! Vielleicht ein Aguero! Bitte! Oder ein Koulibaly! Let's go! Komm schon! Gib mir einen Walkout der Werzen! Oh! Stabil! Komm schon! Gib mir diese Portugal-Frage! Digga, wenn jetzt Portugal kommt, tschau! Ah, Brand! Das ist nicht gut! Ja, die sind aber auch gar nichts wert! Okay, Freunde! Wir kommen jetzt zum letzten 3-1 vom Set! Ich will noch einen Walkout! Ich ändere meine Meinung mal! Ich will noch einen! Weil er war nichts wert! Er war nichts wert! Er war nichts wert! Ja! Das ist das beste Pack-Opening-Reward! Sehen wir uns! Pack-6-Walkout! Komm! Let's see! Ah! Kagaawa! 85er! Aber das haben die meisten in ihrem Elfer-Inform-Set gezogen! Kagaawa! Ja! Und wir ziehen das aus dem 3er, ey! Uuuuh! Was ist das denn? Nice! Genauso, was ihr nicht seht! Jäger! Wir sind alles nicht aufschreiben! Oh, von der Meise-Kid! Leute, jetzt gibt's nochmal ein dickes Top-100-Pack von einem unserer Abonnenten! Ich bin so gespannt, Alter! Let's go! Boah! Ich hab noch die Edith End-Specs und halt meine Top-100-Pack! Plus Division 1 und meine 2-Facks, Bruder! Oha! Komm! Oh! In meinem Fabrikas! Ah, geht's halt eigentlich, Fabrikas! Ja, ich mach dir das jetzt ein bisschen! Mal schauen! Boah! Ah, Bishp-Dash! Bist du Bishp-Dash-Fan, oder was? Oder ich bin Gala-Film, Jäger! Hahaha! In dem Trotz, du denkst, ich weiß nicht, ich denkst, okay, let's go! Oh! Oh mein Gott, Alter! Nice, Junge! Alter! Oh mein Gott! GG! Jawoll! Kannst du denn spielen! Ich hab's nie gelacht bei den Facks, ne? Also, das erste Mal, jetzt war's dann gut, Alter! Ich hab null Hoffnung, ne? Aber wir gucken halt! Jawoll! Portugiesch! Argentinien! Opa! Opa! 84, ja? Komm! Back-to-back! Jawoll! Komm schon! Argentinien, Agüero, Portugal! Von deinem Lieblingsverein! Digga, jetzt muss aber was kommen, wenn jetzt kein... Jetzt muss Argentinien oder Portugal kommen! Das erste Mal! Komm! Ey, Gunanti! Porco! Vergabe, ey! Das gibt's doch nicht, ey! Das gibt's nicht, Alter! Oh mein Gott! Ey, das ist so hart, ne? Ey, ich stoß nicht ab, ohne Spaß! Ey, mein King noch! Aber was ist das denn? Ja, Freunde, das war's jetzt mit unseren Rewards! Ich finde, bei mir ist das Glück gehabt! Ja! Sechs Packs, sechs Walkouts, Digga! Ja! Kann man die nicht beschweren! Auf jeden Fall, das war schon nice! 90er Kulibali kann man mit arbeiten, Freunde! Wir werden natürlich jetzt dieses Wochenende wieder durchsweaten! Heute Abend kommt ein Stream von Anne! Am Samstag werde ich streamen! Und am Sonntag wird natürlich wieder der Anne streamen! Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen! Aktiviert die Glocke! Und supportet uns weiterhin! Und dann habt auch ihr Pecklack, Freunde! Da würde ich sagen, macht's gut! Haut rein! Ciao! Ciao!